Ja, Herr Böhmer, vielen Dank für Ihre freundlichen Worte zur Einleitung und auch für Ihre Flexibilität nochmal auf kurzfristige Änderungswünsche des Dozenten in letzter Sekunde einzugehen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich darf als allererstes sagen, ich finde es großartig, was Sie hier auf die Beine stellen, dass Sie diese Reihe angestoßen haben mit einem wirklich sehr, sehr ehrgeizigen Programm in einer sehr großen Breite und auch Tiefe. Und wahrscheinlich werden Sie nicht alles wissen und in der Tiefe auch natürlich aufnehmen können, wie es hier präsentiert wird, weil natürlich einfach der Ehrgeiz und das Programm riesengroß ist. Allein, wenn Sie schon von mir in 60 Minuten die Geschichte der Makroökonomie hören wollen, ist schlichterdings unmöglich. Ich muss mich da auf bestimmte Dinge beschränken und meine Intention ist es auch eigentlich eher, Denkanstöße zu geben und anzuregen für ein eigenes und vertieftes Studium von Alternativen und Ihnen zu vermitteln, dass es eben noch andere Dinge gibt als das kanonische Lehrbuchwissen, was man heute klassischerweise an vielen Wirtschaftsfakultäten und möglicherweise eben auch hier in Hannover zu hören bekommt. Wenn das gelingt, gewissermaßen, dass diese Appetithäppchen gereicht werden und Ihnen munden und Lust auf mehr machen, dann sehe ich meine Aufgabe als erfüllter. Ich habe es ein bisschen leichter als Herr Schäfholt, der im 18. Jahrhundert offensichtlich angefangen hat. Die makroökonomische Theorie ist gar nicht ganz so alt. Tatsächlich gibt es sie erst ungefähr so seit 80 Jahren. Aber trotzdem reichen 60 Minuten nicht, auch für 80 Jahre und die ganzen Verwicklungen und Auseinandersetzungen. Wir haben in den Wirtschaftswissenschaften anders als in den Naturwissenschaften das Phänomen, muss man ganz kurz fragen, ich habe so ein gewisses Störgeräusch durch das Atmen, ist das ein Problem, hören Sie mich? Nein? Wir haben anders als in den Naturwissenschaften, in den Wirtschaftswissenschaften, als Gesellschaftswissenschaften das Phänomen, dass wir nicht gewissermaßen einen darwinistischen Ideenprozess haben, in dem die Schlechten aussortiert werden und die Guten überleben. Also in Chemie und Physik macht es wahrscheinlich keinen Sinn, sich mit alternativen Ansätzen zu befassen, denn da gibt es einen Standardansatz, der gewissermaßen das Paradigma darstellt, auf das sich die Wissenschaftsgemeinde einigt. Und dann gibt es Fortentwicklungen und Fortschritte. Möglicherweise ist das auch nicht hundertprozentig so, da mögen mir Wissenschaftsphilosophen in den Naturwissenschaften widersprechen, aber es ist in jedem Fall doch anders als in den Wirtschaftswissenschaften, wo Ideen hin und wieder vergessen werden, zur Seite gelegt werden und wo es sich lohnt, auch wieder in die Vergangenheit zurückzukehren, weil sich eben Zusammenhänge wandeln, Ansichten, Moden, Trends, die Gesellschaft sich verändert. Und so entdecken wir manchmal in den Klassikern, das hat Herr Schäffert bestimmt Ihnen nahegelegt, gute Ideen und Gedanken, die möglicherweise den heute herrschenden Ansätzen auch tatsächlich überlegen sind. Und das ist etwas, was es so in den Sozialwissenschaften gibt und deshalb passt auch viele wissenschaftsphilosophische Ansichten, die aus den Naturwissenschaften her entstammen, auch die poppersche Idee nicht unbedingt hier für die geistes- und Sozialwissenschaften zu Themen, die Wirtschaftswissenschaften gehören. Ich verstehe jedenfalls, dass Studenten nach Alternativen suchen zum gängigen Lehrbuchwissen. Sie sind gewissermaßen die Post-Crisis-Students und viele der Nachkrisen-Studenten fragen sich natürlich, was hat sich denn eigentlich getan in den Wirtschaftswissenschaften? Was schreiben denn jetzt die Lehrbücher über die Krise und über die Krisenerfahrung? Wie ändert sich das Curriculum denn nach diesen einschneidenden Erlebnissen, die ja auch noch gar nicht vorbei sind, sondern ja auch immer noch stark nachwirken in der Staatsschuldenkrise, darauf ist sicherlich Herr Polkert letzte Woche intensiv eingegangen, in der Bankenkrise, in der europäischen Schuldenkrise. Das wabert ja noch vor sich hin, aber wie hat das Einfluss genommen auf die Lehre und auf das Curriculum? Und man stellt eben fest, in vielen Universitäten, in vielen Hochschulen gibt es dort überhaupt gar keine Veränderungen. Und das ist sicherlich ein Problem und treibt Studierende an zu fragen, ist da nicht noch was anderes? Können wir nicht noch anderes Wissen reaktivieren und andere Zugänge haben? Und wenn das in diesen großen Tanker-Universität nicht so schnell erfolgt und es dieses Beharrungsvermögen gibt aus verschiedenen Gründen, ist das auch sicherlich toll, selbstorganisierte Lehrveranstaltungen zu gestalten, indem man das vielleicht hören kann. Bevor ich gleich loslege, ganz kurz zwei Vorbemerkungen. Das Feld, was ich hier aufgetragen bekommen habe, ist insofern komplex und schwierig, weil es etwas zu tun hat mit Theoriegeschichte, mit der Kritik an der herkömmlich gelehrten Makroökonomie, mit methodologischen Fragestellungen, mit wissenschaftsphilosophischen Fragestellungen und eigentlich ist es auch gar keine ganz neue Debatte. Sie wurde immer geführt, aber auf kleiner Flamme und hat jetzt gerade eben durch diese Finanzkrise nochmal wieder einen erneuten Schub bekommen und das auch zu Recht und das, denke ich, sollte man auch nutzen. Das Zweite ist, wenn ich jetzt hier sage, von Keynes gewissermaßen als Ausgangspunkt und Ursprung der makroökonomischen Theorie zu Modern Macro, dann wird damit natürlich impliziert, es gibt so etwas wie das Modern Macro, es gibt so etwas wie die neoklassische makroökonomische Theorie oder überhaupt die Neoklassik, es gibt den Mainstream und wir beobachten natürlich, dass es eine Großzahl an Aufwächerungen gibt. Also es gibt eine Vielfalt von Theorieansätzen in den Wirtschaftswissenschaften, die sich in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt haben und noch darüber hinaus Spieltheorie, experimentelle Ökonomie, Verhaltensökonomie, neue politische Ökonomie, Institutionalismus und so weiter und außerdem auch noch viele heterodoxe Strömungen, verschiedenste Art, von denen Sie einige auch in dieser Ringvollesung noch etwas näher kennenlernen werden. Nur von den erstgenannten, bevor ich das Wort heterodox gesagt habe, stellt sich dann doch heraus, dass viele davon eben doch noch einen neoklassischen Kern haben und nur gewisse Variationen haben und deshalb bin ich der Überzeugung, auch wenn das manchmal eben abgestritten wird, ja, es gibt so etwas wie einen Mainstream und vor allen Dingen möchte ich das auf die Lehrbücher beschränken, denn auf die Lehre kommt es ja dann auch vor allen Dingen an, was lernen die Studenten und die nächsten Generationen und da haben wir eben so eine Art kanonisches Lehrbuchwissen, was eben so das Zentrale, die üblichen Denkansätze wiedergibt, ohne dass sie dann später vielleicht noch mal ausdifferenziert werden und bestimmte Annahmen entnommen werden. Also dieses kanonische Wissen, insbesondere zur Makroökonomie, das gibt es. Und das möchte ich ganz kurz mal darstellen und noch fragen, wie die Vernanzkrise es herausfordert. In meinem ersten Teil wird das geschehen, im zweiten Teil werde ich dann eine ganz, ganz kurze Geschichte der Makroökonomie Ihnen versuchen nahe zu bringen und in meinem dritten und abschließenden Teil habe ich dann vor, eine der zentralen Punkte und auch meiner zentralen Kritikpunkte an Modern Macro Ihnen nochmal aufzuzeigen, nämlich die sogenannte mikroökonomische Fundierung der Makroökonomie, die es eigentlich in Frage stellt, dass es wirklich eine Makroökonomie noch ist am Ende. Und zum Schluss ein paar Schlussfolgerungen und mögliche Alternativen möchte ich Ihnen benennen. Ja, also, was beinhalten führende Lehrbücher, die an renommierten Hochschulen eingesetzt werden und was bedeutet die Finanzkrise und alle anderen Krisen, die wir auch noch sehen, immer wieder für die moderne Makroökonomik? Man könnte jetzt sagen, vor Ausbruch der Finanzkrise 2007, wenn man da mal eine repräsentative Wirtschaftsfakultät nimmt und da fällt schon ein Begriff, der natürlich dann in der mikroökonomischen Fundierung zentral ist, die immer so tut, als gäbe es einen Durchschnitt oder etwas Repräsentatives. Ja, was lernt der Student oder die Studentin dort? Nun, sie hört was von repräsentativen Konsumenten und Unternehmen. Und was machen die? Die haben Optimierungsprobleme zu lösen, Unternehmenbedingungen, die optimieren hier einen Mehrperiodenplan, der bis in die Überhändlichkeit geht. Sie verwenden dazu alle verfügbaren Informationen, die sie besitzen. Ja, sogar das wirtschaftstheoretische Modell kennen diese rational agierenden Agenten und sind deshalb in der Lage, nach diesen neuesten Erkenntnissen der Wirtschaftstheorie tatsächlich auch ihr persönliches Leben und ihre persönlichen Entscheidungen als Konsumenten und als Unternehmen auch zu optimieren. Sie sind nämlich sowieso ein perfekter Homo economicus, rational wie ein Vulkanier, ohne Emotionen und jederzeit zu hochgradig rationalen Entscheidungen in der Lage und deshalb haben sie auch kein Problem, die komplexesten ökonomischen Wirkungszusammenhänge zu verstehen. Und falls es mal Schocks gibt, die natürlich nur von außen kommen können, exogene Schocks durch technologische Veränderungen oder politische Rahmenbedingungen, die sich verändern, dann kennen sie diese Wahrscheinlichkeiten und können die in ihre Pläne integrieren, weil sie eben hier auch natürlich über die Wahrscheinlichkeiten und die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten in der Lage sind. Der Konsument ist in diesem Bild der Souverän und die sogenannten willenlosen Erfüllungsgehilfen, und das sind dann die Unternehmen, die die Pläne dieser Souveräne erfüllen. Was es überhaupt nicht gibt, und das haben Sie sicherlich bei Herrn Schäfer intensiv gehört, als er über die Klassiker gesprochen hat, was es hier überhaupt nicht gibt, sind soziale Klassen. Gesellschaftliche Schichten, wie in der klassischen politischen Ökonomie. Das spielt keine Rolle, dass Gruppen hier Interessen haben, unterschiedlichster Art, und die miteinander dann auch möglicherweise ringen, um die Interessen entsprechend durchzusetzen, sondern wir haben hier natürlich Individuen, und das ist eben auch diese Methodologie, die auf dem einzelnen Individuum aufbaut. Was lernt man noch, oder lernte man im Jahr 2007 an einer solchen repräsentativen Wirtschaftsfakultät, nämlich dass diese repräsentativen Konsumentenunternehmen keine Koordinierungsfehler machen. Das kann auch deshalb nicht passieren, weil sie auch eigentlich gar nichts zu koordinieren haben. Wenn es externe Effekte gibt, dann sind sie in der Lage, die perfekt zu internalisieren. Sie kennen Unsicherheiten, keine Unsicherheiten, keine fundamentalen Unsicherheiten, sondern eben nur Risiken, die man aber eben berechnen kann, aufgrund von bestimmten Wahrscheinlichkeitsüberlegungen. Diese Unternehmen und auch die Konsumenten können nicht bankrott geben, weil sie ein lebenslanges Einkommen haben, auf das sie bauen können, und sie verhindern durch ihr rationales Verhalten und die Nutzung aller Informationen so etwas völlig Abwägiges, was es nie gibt, wie Finanzmarktblasen und Finanzmarktcrash. Noch heute leugnet der Erfinder der Idee der rationalen Finanzmärkte, New Gen Ferma, dass es so etwas wie eine Finanzblase je gegeben hat oder geben kann. Das existiert selbst nach den jüngsten Ereignissen aus Sicht dieser Ökonomen nicht. Ja, und so etwas wie Unterbeschäftigung gibt es auch nicht. Die ist höchstens freiwillig. Und hier haben wir natürlich einen großen Bruch mit der Realität, weil wenn wir das historisch angucken, dann müssen wir feststellen, Vollbeschäftigung ist historisch gesehen immer die Ausnahme gewesen und nie die Regel. Und selbst heute, wenn wir die neuen Zahlen gehört haben von der Bundesagentur für Arbeit, die uns sagt, wie stark die Beschäftigung steigt und die Arbeitslosigkeit zurückgeht, dann sagt man natürlich, das ist positiv zu beurteilen im Vergleich zu den hohen Zahlen, die wir in der Vergangenheit hatten. Aber wir haben selbst in Deutschland noch immer keine Vollbeschäftigung, weil ungefähr drei Millionen registrierten Arbeitslosen und viele, die nicht registriert sind. Und ganz zu schweigen von den anderen europäischen Ländern, die extrem hohe Arbeitslosenquoten haben. Also eigentlich müsste man doch sagen, der Normalfall, der zu erklären ist, ist eine Situation mit Arbeitslosigkeit und nicht der Normalfall ist Vollbeschäftigung, was in diesen Modellen ja meistens als Normalfall, als Annahme postuliert wird. Wenn man sich mal ein sehr stark, vor allem in Amerika verbreitet, das makroökonomische Lehrbuch anguckt von Michael Wickens aus 2008, Macroeconomic Theory, dann liest man ganz am Anfang in der Introduction folgendes und ich möchte es mal kurz vorlesen. Das ist der allererste Satz und da wird schon gewissermaßen das Programm voll bekannt gegeben. Also hier wird dann auch gleich der Hauptkritikpunkt gegenüber den üblichen von Keynes und seinen Anhängern postulierten Modellen gebracht. Die hätten ja gar keine Begründung für ihre Verhaltensannahmen, die sind ad hoc, die fallen gewissermaßen aus der Luft und was fehlt, sind hier eben verhaltensfundierte, verhaltenstheoretische Begründungen dafür, warum sich die Individuen so und so verhalten. Und dann wird hier behauptet, dass also man mithilfe von DSGE-Models dann entsprechend kollektive Entscheidungen, wobei, da frage ich mich, was sollen hier kollektive sein in diesem Zusammenhang, von rationalen Individuen hat. Ja, rationale Individuen, kollektive Entscheidungen, ein repräsentativer Haushalt, ein repräsentatives Unternehmen und die Vorstellung ist, wir haben ein permanentes Gleichgewicht und ökonomische Handlungen sind hier nichts anderes als Optimierungsaufgaben. Nun, dann habe ich mir mal das Buch genommen und habe mal im Index ein bisschen geblättert, hier ganz hinten, bei U bin ich dann durchgegangen, ja, die verschiedenen Stichworte, die da sind und dann entdeckt man oder sucht man hier zwischen Uncovered Interest Parity und Undermined Coefficients in dem Index irgendwie das Wort Unemployment vergeblich. Das taucht gar nicht auf. Das ist ein Lehrbuch, das führende Lehrbuch an amerikanischen Universitäten und es gibt keine Arbeitslosigkeit. Also die gibt es nicht in der Welt und die gibt es deshalb natürlich auch nicht in diesem Lehrbuch. Und da fragt man sich natürlich schon, wie relevant und wie hilfreich solche Bücher sind. In der zweiten Auflage ist dieses Stichwort dann enthalten, aber es heißt immer noch nicht, dass sich dann dieses Lehrbuch um die Frage der Herkunft und der Bekämpfung um Arbeitslosigkeit kümmert, sondern er wird eben auf den Arbeitsmarkt eingegangen und auf transitorische Effekte hier geachtet. Ja, und was man 2007 dann an der repräsentativen Wirtschaftsfakultät nicht lernt, als Studentin oder als Student, sind solche Dinge wie den Multiplikator, das Sparparadoxon, expansive Fiskalpolitik, die Rolle und Aufgabe des Staates, den gibt es nämlich meistens gar nicht und was es auch nicht gibt, ist Geld. Auch sehr interessant. Ja, die Welt der sogenannten neuen kinesianischen Makroökonomik, die den Mainstream im Wesentlichen darstellt, ist eine Welt der nicht monetären Wirtschaft. Akteure sind dort permanent kreditwürdig, denn ihre Sicherheit ist ihr permanentes Einkommen, also kann es auch gar keine Probleme geben von Kreditrationierung oder Unsicherheitskrisen oder Finanzkrisen, die auf Misstrauen oder ähnlichen Dingen beruhen. Das heißt also, von der Botschaft von Keynes, dem Vater der Makroökonomik, erfährt der oder die Studentin nichts, höchstens im Zusammenhang von sogenannter New Keynes, die Makroökonomik, und dann wird erzählt, und das steht auch in diesen Lehrbüchern drin, dass das Entscheidende von Keynes sei, was wir adaptieren in diesen neukensianischen Modellen, die Annahme der Lohn- und Preisrigiditäten ist. Und nur weil wir Rigiditäten haben, das heißt also, Preise nicht vollkommen flexibel sind und Löhne nicht flexibel sind, vor allem die nach unten nicht flexibel sind, kann es vorübergehend dazu kommen, dass Arbeitslosigkeit entsteht, die sich dann aber in der mittleren Frist wieder auflöst und höchstens von der strukturellen Arbeitslosenquote dann bestimmt wird. Also Stickiness sei angeblich das Hauptmerkmal der Keyneschen Theorie gewesen. Und das ist nicht der Fall. Das Hauptmerkmal der Keyneschen Theorie, ich werde da gleich mal darauf eingehen, ist vor allen Dingen die Ablehnung des Seychischen Gesetzes. Das Seychische Gesetz, was nur gilt in einer nicht-monetären Wirtschaft, in einer Tauschgesellschaft ohne Keynes. In der allgemeinen Formulierung lautet es ja, jedes Angebot findet seine eigene Nachfrage. Es kann also keine Krise geben, keine Absatzkrise, weil all das, was ich anbiete, führt auch zu einem Einkommen und dieses Einkommen ist genauso groß, um die produzierten Güter auch zu kaufen. Das kann nur in einer Tauschwirtschaft immer funktionieren, weil ich sofort eben einen Tausch gut gegen gut habe. Aber in der Geldwirtschaft, wenn ich eine Ware gegen Geld tausche und dann Geld benötige, um die nächste Ware zu kaufen, kann eben Geld auch gehortet werden. Und dann kommt es zu einem Nachfrageausfall und die Idee der Geldhorte in einer monetären Ökonomie, das ist eigentlich der Basisansatz, einer der wesentlichen Dinge von Keynes, die er eben auch vorgebracht hat, gegen die, wie er das nannte, Orthodoxie. Und letzter Punkt, dann höre ich auf mit dem Bashing auf die normalen Studenten. Ja, Dynamics, Stochastic, General Equilibrium Models, das ist das Brot, was man isst und verdaut, das sind Schönwetter-Modelle, die nicht zur Krisenbehandlung eigentlich tauchen, sehr komplexe technische Computermodelle, die hohe mathematische Anforderungen stellen und auch natürlich dazu dienen, zu selektieren. Studenten, die nicht in der Lage sind, damit umzugehen, die können eben mit den Wirtschaftswissenschaften auch nichts anfangen und die werden aussortiert und die braucht man nicht, sondern man braucht eben diese formalisierten oder formalisierungsfähigen Studente und man könnte jetzt überspitzt sagen, der Zweck dieser DSGE-Models ist eigentlich nur die Ausbildung der nächsten Kohorte von Masterstudenten und Doktoranden, die dann wiederum die nächste Gruppe von Nachwuchsforschern ausbilden. Aber ihr Zweck auch in der Politikberatung für Zentralbanken oder Finanzministerien, die es mit Real World Problems zu tun haben, der ist doch limitiert, also sie sind nicht sehr brauchbar für die Praxis. Man könnte also heute sozusagen sagen, wozu braucht man Volkswirte, um andere Volkswirte auszubilden, die dann wieder die nächste Generation von Volkswirten ausbringen. Aber ob das hier praktische Relevanz hat, kann man doch sehr in Frage stellen. So, jetzt schimpfe ich auf andere, nicht auf die Studenten, sondern auf die großen Korriphäen des Faches und wir kommen dann nach 2007 und 2008, als die Krise dann langsam virulent wurde, aber noch nicht unbedingt erkannt worden ist, zu ein paar Aussagen von führenden Ökonomen. Dr. Pengler steht hier und die Beste aller Welten, das ist eine Figur von Voltaire, der alles schön redet, obwohl vor ihm und hinter ihm eigentlich die Welt untergeht, aber er nimmt es nicht wahr, sondern er sagt, naja, vielleicht ist nicht alles ganz toll, aber wenn man nur dran glaubt und will, dass alles gut wird, dann wird es auch alles gut und wir müssen das Schöne sehen und das Verhaftige. Ja und Olivier Blanchard, Chefökonom des Internationalen Weltwährungsfonds und einer der führenden Autoren eines makroökonomischen Lehrbuchs, der vielleicht ein bisschen jetzt zu Unrecht hier von mir als allererstes genannt wird, sagte, the state of macro is good und er meinte nicht sein Lehrbuch, sein Macro-Lehrbuch, sondern er meinte eben die Makroökonomie draußen in der Welt, da wäre alles in Ordnung. David Hammermisch, Arbeitsmarktökonom, modern macro is today an application of micro theory. The creation of a micro foundation for macro means that it is now an applied field, no longer central. Makro brauchen wir nicht mehr. Mikro bringt alles und es gibt verschiedene Anwendungen für Mikro, Arbeitsmarkt und was weiß ich, Industrieökonomik und dieses und jenes und Makro ist eben eines der Felder, wo man eben Mikro auf eine ganz bestimmte Sache hin anwendet und ansonsten kann man Makro vergessen. Robert Lucas, schon 2003, das zentrale Problem einer Depressionsvermeidung ist in jeder praktischen Hinsicht gelöst. Alles ist designt, die Zentralbanken wissen, was sie zu tun haben, der Staat muss sich raushalten, kensianische Politik gibt es nicht mehr, wir müssen uns keine Sorge machen, denn die ist eigentlich der Hauptgrund dafür, dass wir Krisen hatten und wir haben alles in der Hand und deshalb wird es keine Krisen mehr geben und um mal einen deutschen Ökonomen zu nehmen, der etwas bekannter ist, im Oktober 2007, eine Rezession steht nicht an. Ja, das war ja auch eine der Vorwürfe, die wir gehört haben, dass die führenden Ökonomen diese Krise nicht haben kommen sehen und es liegt natürlich auch zum Teil daran, dass in den zentralen Modellen ein Finanzsektor gar nicht vorkommt. Dann kann man gar nicht von dieser Basis heraus auch eine Finanzkrise prognostizieren, weil ein Finanzsektor wird nicht behandelt. Finanzmärkte sind effizient, immer und zu jeder Zeit, wozu soll ich sie dann untersuchen? Da wird sicherlich in nächster Zeit auch was innerhalb des Mainstreams passieren, da gibt es auch schon erste Versuche und Ansätze, das an prominenterer Stelle einzufügen, dass der Finanzsektor existiert, aber ich glaube nicht, dass er gewissermaßen ein Eigenleben führen wird, sondern er wird in den Modellapparat dann integriert. Aber dann war eben die große Krise da, the Great Recession in den verschiedensten Ausprägungen, Bankenkrise, Zahlungsbilanzkrise, Rezession, Arbeitslosigkeit und vor allem in Europa Staatsschuldenkrise und die Politiker hatten nun das Problem, dass sie irgendwie handeln mussten. Aber wie? Und was? Weil die führenden Berater von den Top Universities hatten ihnen nichts zu bieten. Die hatten nichts. Keine Instrumente, weil das kam nicht vor, also was soll ich denn da tun? Und nun griffen also die Politiker in die Mockenkiste der Makroliteratur zurück und guckten bei keynesianisch inspirierten Autoren nach und stellten fest, naja, da gibt es ja sowas wie Konjunkturprogramme und Konjunkturpakete und das hat man dann relativ schnell aufgelegt. In den USA, in China, in Europa, in Deutschland. Auch der Sachverständigenrat hat da eine erstaunliche Wende schnell vollzogen und hat gesagt, ja, okay, wir haben es hier in der Nachfragekrise zu tun, das ist ein Konjunkturproblem und wir sind dafür, dass der Staat hier seine Ausgaben ausweitet. Aber das ist jetzt nur eben eine Sondersituation und alle anderen Krisen, die es auch noch gibt, die haben damit eigentlich nichts zu tun. Der Punkt ist nur der, man kann sagen mit Peter Spahn, wirtschaftliche Krisen sind eigentlich Bewährungsprobleme für herrschenden Paradigmen. Da wird nämlich die Realitätstauglichkeit eines wissenschaftlichen Ansatzes plötzlich zum Thema und da hat man eben festgestellt und daher auch diese Beschäftigung mit diesem Thema, wo wir heute zusammenkommen, dass vielleicht die herrschenden Theorien nicht in der Lage sind, darauf einzugehen. Und jedes wirtschaftspolitische Assignment basiert letztendlich auch auf einem Erklärungsmodell und unser europäisches Modell mit der Europäischen Zentralbank unabhängig und eigentlich nur mit dem Auftrag versehen, die Preisniveau-Stabilisierung zu bringen, die basiert auf dem monetaristisch-neuklassischen Assignment. Und deshalb haben wir auch so lange Probleme gehabt, bis der Draghi dann gesagt hat, wir werfen das über Bord und wir müssen jetzt Länder of Last Resort werden, weil das war eigentlich in dem Ansatzpunkt nicht vorgesehen. Und die vor allen Dingen deutschen ordnungspolitisch orientierten Ökonomen haben damit ihre großen Probleme, weil das eben nicht ihrem Lehrbuch-Assignment entspricht. Da begeht eben die Zentralbank derzeit eine Todsünde aus ihrer Sicht, weil die Priorität ist nur bei der Preisstabilität und nichts anderes gilt. Trotzdem aber, ich bleibe bei der Kritik, wir haben hier die Entwicklung so gehabt, dass wir eine doch relativ unglückliche Trennung bei Finanzmarktregulierung gehabt, die von der mikroökonomischen Seite bestimmt worden ist und der Geldpolitik, die von der makroökonomischen Seite her bestimmt worden ist und die Verzahnung fehlt. Deshalb auch teilweise unbrauchbare makroökonomische Modellierungen in der Politikberatung. Wie gesagt, die DSGE-Modelle, die dafür nicht so richtig tauglich sind, weil sie eben Krisen im Wesentlichen nicht beinhalten. Und das hat dann eben zu der Frage geführt, sind wir auch in der Krise der Wirtschaftswissenschaften? Und insbesondere Robert Skidelsky hat gesagt, it's a failure of ideas, den wir da hinterhaben. und der dazu geführt hat, auch dass die Krise mit entstanden ist. Und deshalb müssen wir die Wirtschaftswissenschaften neu denken. Ich hatte ja als Begleitlektüre, ich bin gefragt worden, einen kurzen Text von Robert Skidelsky auch vorgeschlagen. Wenn Sie da noch mal reinschauen, dann finden Sie da einige sehr gute Anregungen. Und ich finde Skidelsky sowieso einen sehr hörens- und lesenswerten Autor. Nicht nur, weil er eine sehr interessante Biografie über John Maynard Keynes geschrieben hat, sondern weil er jetzt auch bei dem Thema Teaching Economics, wie können wir Lehrbücher neu schreiben und was muss da rein, sehr aktiv ist. Und ich kann vielleicht die Situation nutzen, Sie darauf hinzuweisen, es wird eine große Konferenz geben im November in Berlin, wo es um die Frage geht, wie können wir Lehrbücher neu gestalten, was können wir lernen aus der Krise, was müssen wir in der Lehre, in den Curriculum verändern, unter anderem mit dem Arbeitskreis politische Ökonomie und Real World Economics. Und da wird Robert Skidelsky einer der Keynote-Speaker sein. Peter Bufinger wird auch kommen, das ist, glaube ich, Mitte oder Ende November, ich kann es gerne auch nochmal den Termin weiterleiten, dann eine interessante Tagung in Berlin, zu der Sie gerne auch bei Interesse kommen können. Ja, soweit der Problemaufriss, die gewisse Widersprüchlichkeit zwischen dem, was gelehrt wird, was man hört und was man nicht hört und dem, was tatsächlich passiert und was zu tun ist und die Frage eben des Tauglichkeitsansatzes der modernen makroökonomischen Theorie. Und jetzt will ich im zweiten Teil wirklich eine nur ganz, 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 ganz kurze Geschichte der Makroökonomie Ihnen liefern und bieten. Bis in die 1930er Jahre gab es eigentlich gar keine Trennung zwischen Mikro und Makro. Also, wenn Sie Hammermesch-Zitat von eben noch in Erinnerung haben, dann ist es das, was Hammermesch sich auch vorstellt, dass man gewissermaßen vor das Jahr 1930 wieder zurückkehrt und diese Trennung wieder abschafft. Es gab zwar schon erste Andeutungen in den Werken von Böhm-Barwerk, der so eine Mikrodynamik von der Makrodynamik unterschieden hat, aber tatsächlich ist erst durch die Weltwirtschaftskrise 1929 und dann Keynes Werk Treatise on Money, Traktat über Geld, 1930 eine, dort erstmal eine makroökonomische Analyse von Volkseinkommen, Beschäftigung, Geld zum ersten Mal vorgenommen worden und Keynes formuliert dort eben diesen entscheidenden Satz, in dem er sagt, es gibt keinen Grund zur Annahme, dass ein sich selbst überlassenes ökonomisches System immer zur Vollbeschäftigung tendiert. Es gibt keine implizite Räumung des Arbeitsmarktes. Die existiert nicht und dann hat Ragnar Fritsch, der norwegische Ökonomien 1933 zum ersten Mal diesen Begriff Makroökonomie verwendet. Also wenn man das als Startpunkt nehmen will, dann ist das 1933 das Jahr, wo man sich zum ersten Mal bewusst gemacht hat, es gibt dann noch ein anderes Feld und das nennt man Makroökonomie. Eingeführt worden ist es eigentlich, um Aggregate zu erfassen und zu beschreiben und das eben im Unterschied zum Entscheidungsverhalten von Individuen. Das ist Gegenstand der Mikroökonomie und man meinte, dass man eben Aggregate anders analysieren muss, ihr Zusammenspiel, ihre Eigendynamik beschreiben muss und dass das nicht eben durch das Verhalten von Individuen abgeleitet werden kann. Keynes mit seinem Buch aus 1936 der allgemeinen Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes ist dann aber natürlich für die Theorie der eigentliche Startschuss und Keynes hat deshalb dieses Buch geschrieben, weil er meinte, dass es nötig ist, eine allgemeine Theorie zu beschreiben oder zu schaffen, die sowohl das Funktionieren wie auch das Funktionsversagen des ökonomischen Systems erklärt. Und das finden wir eben in der heutigen neuen keynesianischen Makroökonomik, die den Mainstream darstellt, nicht, wo eben der Ausgang wieder das Gleichgewicht ist. Und Keynes sah eben, dass das nicht generell der Fall ist, sondern dass man eben auch Ungleichsituationen vor allen Dingen auf dem Arbeitsmarkt beschreiben muss und das war gegen die damalige Orthodoxie gerichtet und das war eben die neoklassische Theorie, auch wenn Keynes die Klassiker nannte und deshalb sagt man zu Recht, das war eine keynesianische Revolution. Gerichtet im Wesentlichen gegen das Seychische Gesetz in seiner neoklassischen Fassung und die These, dass Arbeitslosigkeit letztendlich immer nur eine Folge von zu hohen Reallöhnen ist. Er hat dann darauf hingewiesen, dass in Lohnverhandlungen nicht der Reallohn, sondern der Nominarlohn zur Debatte steht und wenn Nominarlöhne fallen, dann muss man eben Kreislaufzusammenhänge betrachten. Das hat auch natürlich Vorläufer gehabt, er war nicht der Erste, der auf diese Kreislaufzusammenhänge hingewiesen ist, aber hat zu Recht gesagt, dass die damals herrschende Theorie mit ihrem partialanalytischen Ansatz des Arbeitsmarktes diese Wechselwirkungen der Aggregate nicht betrachtet. Deshalb hat also ein ökonomisches System immer die Gefahr einer sich beschleunigenden Destabilisierung und die neoklassische Rezeptur dann auf Lohnsenkungen zu setzen, verschlechtert möglicherweise die Lage, weil Löhne sind eben nicht nur ein Kostenfaktor, sie sind auch ein Nachfragefaktor und diese Janusköpfigkeit des Lohnes, die ist ein zentraler Punkt des kinsianischen Systems und die ist dann verloren gegangen, dieser Nachfrageaspekt und dieser Einkommenseffekt, der dann dort entsteht. Also, Keynes war der festen Überzeugung, dass die konventionelle Theorie seiner damaligen Zeit an einem kompositorischen Fehlstoß leitet, das heißt, Zusammenhänge, die auf der Mikro-Ebene gelten, sind eben nicht unmittelbar übertragbar auf die Makro-Ebene und deshalb so etwas wie die mikroökonomische Fundierung der Makro-Theorie hätte Keynes sicherlich vollkommen abgelehnt, hat er abgelehnt. Viele der kinsianischen Ideen sind nicht neu, es gab Vorläufer, Keynes war sich dessen bewusst, aber das Neue war eben hier die Art ihrer Kombination. Ich würde sagen, es sind vielleicht fünf Punkte oder sechs Punkte, die die kinsianischen, die zentralen Bausteine der kinsianischen Theorie darstellen, nämlich, wir müssen betrachten, eine Geldwirtschaft und nicht eine reine Tauschwirtschaft, Sie fangen ja heute in jedem Mikroökonomiekurs natürlich mit einem Tauschmodell ohne Geld an, eine Barter-Ökonomie, die ganze Handelstheorie tut so, als gäbe es kein Geld, da wird Stahl gegen Brot getauscht, ohne Geld, also wir haben hier immer eine reine Tauschwirtschaft und die ist vielleicht als Abstraktion für den Beginn ein sinnvoller Staat, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber sie hat eben einen Informationsverlust, weil wenn ich Geldbeziehungen mit einbringe, gibt es noch andere Dinge, die dort eine Rolle spielen. Ablehnung des Hessischen Gesetzes und die Möglichkeit damit eines dauerhaften Gleichgewichts auf dem Gütermarkt bei Unterbeschäftigung, also des Ungleichgewichts auf dem Arbeitsmarkt, wichtig natürlich das Prinzip der effektiven Nachfragen mit seinen Ausgabenmultiplikatoren, die eben dann ein Vielfaches der Produktion in Gang setzen in Bezogen auf die ursprüngliche Veränderung der Nachfrage, dann hat Keynes sich natürlich intensiv mit Finanzmärkten befasst, also Aktienmärkten und Wertpapiermärkten und hat eben erkannt, dass hier eine prinzipielle Instabilität in diesen Märkten besteht und deshalb gibt es auch so etwas wie fundamentale Unsicherheiten, die eben nicht berechenbar sind, sondern man weiß es eben nicht genau, was passiert und der Investor, sei es auf den Gütermärkten oder auf den Finanzmärkten, kann sich eben nie sicher sein, dass seine Investition tatsächlich auch eine entsprechend erwünschte Rendite abwirft und fundamentale Unsicherheiten sind eben was anderes als berechenbare Risiken, mit denen man kalkulieren kann. Und ich sage es nochmal, Punkt 6, nicht ist das Entscheidende, kein zentraler Baustein der Keynesianischen Theorie, dass es Preis- und Lohnrigiditäten gibt und genau das ist dann übernommen worden und in die verschmolzenen Ansätze zwischen Neoklassik und Keynes dann letztendlich eingegangen. Keynes Arbeit, ich erinnere nochmal dran, heißt allgemeine Theorie. Keynes war also der Überzeugung, dass er eine Theorie entwickelt, die allgemeingültig ist. Adaptiert und integriert wurde Keynes Theorie im völligen Gegenteil, nämlich Keynes sei der Spezialfall. Dann, wenn ich Rigiditäten habe bei Löhnen, dann funktioniert die Anpassung der Märkte nicht. Wenn also das Grundprinzip des Preises, der ein Knappheitsindikator ist und Informationsindikator ist, nicht funktioniert, weil sich Preise nicht anpassen können, dann gibt es vorübergehende temporäre Arbeitslosigkeit, aber irgendwann bewegen sich die Preise und Löhne verzögert in die richtige Richtung, dann verschwindet das Ganze auch. Also das Keynesianische Element wurde geradezu in aberwitziger Art und Weise vom Kopf auf die Füße gestellt und aus Keynes wurde der Spezialfall gemacht, aber Keynes hat gesagt, ich habe die allgemeine Theorie und der Spezialfall ist der, wenn wir Vollbeschäftigung haben. Dann ausnahmsweise mal ist alles wunderbar, aber das ist nicht der Regelfall. Also eine völlige Verkehrung der ursprünglichen Absicht. Nun, jetzt kommt das Thema, über das ich nicht 60 Minuten, sondern 60 Stunden reden müsste, ökonomische Schulen und Paradigmen, die sich im Rahmen der Makroökonomie ergeben haben. Wir haben verschiedene Swings und Swingbacks gewissermaßen gehabt. Die Keynesianische Revolution, die monetaristische Gegenrevolution, die Gegen-Gegen-Revolution, Keynes und oftmals waren tatsächlich, und das ist eben das Interessante für die heutige Zeit, in der wir uns befinden, oftmals waren tatsächlich realwirtschaftliche Ereignisse der Auslöser. Keynes ist bekannt und populär geworden und angerichtet worden, seine Ideen zusammenzuschreiben, wegen der großen Depression der späten 20er und frühen 30er Jahre. Dort hat man eben erkannt, dass was die Klassiker, in Anführungsstrichen, die ja schon Neoklassiker eigentlich waren, seit den 1870er Jahren behauptet haben, nämlich, dass es eine Vollbeschäftigung gibt, nicht da ist. Die große Krise war dort, es war Unterbeschäftigung und die war eben mit den gängigen Instrumenten nicht zu erklären. Nun, wann löste sich die keynesianische Theorie wieder ab? In der Zeit der Hyperinflation oder der großen Inflation der 60er und 70er Jahre, die dann einherging mit langsamen verhaltenen Wirtschaftswachstum, mit Stagnation im Bruttoinlandsprodukt und trotzdem einer hohen Inflation, die Diskussion über die Philips-Kurve dürften einige von Ihnen kennen. Stagflation war der Begriff, der genannt worden ist. Das hat eben die keynesianische Theorie Vorausforderung gestellt und hat dazu geführt, dass sie eben wieder verdrängt worden ist. Und nun möglicherweise, angesichts der Finanzkrise 2007, könnte es sein, dass die zurzeit herrschende Schule und das herrschende Paradigma wieder vor große Herausforderung gestellt ist, dass sie das Puzzle-Solving nach Thomas Kuhn, dem Wissenschaftstheoretiker, dann eben am Ende nicht bewerkstelligen kann, dass es Anomalien in den Paradigmen gibt und so Kuhn, wenn die Anomalien immer größer werden, die nicht geklärt werden können, wenn das Puzzle-Solving dann innerhalb des Paradigmas an seine Grenzen stößt, dann kann es eben zu einer wissenschaftlichen Revolution kommen, das Ganze kann umkippen. Man wird sehen, ob das tatsächlich der Fall ist, aber wir haben eben eine Reihe von Anomalien. Also, in der Geschichte der Makroökonomie, wenn man da die Alten mit einbeziehen möchte, die Klassiker der politischen Ökonomie, 18. des 19. Jahrhunderts, Smith, Ricardo, Millen, Marx, die natürlich auch viele Dinge behandelt haben, die man heute unter Makroökonomie fassen möchte, war das der erste Strang, dann die Neoklassik, die besser Marginalismus hieße, ab den 1860er Jahren durch Menger, Valra und Jevins gegründet und dann eben die Herausbildung der Makroökonomie, die zunächst einmal unabdingbar mit dem Namen Keynes verbunden wurde, deshalb Keynes Enismus genannt wurde, ab den 1930er Jahren. Ich habe das mal versucht, in diesem Schaubild gestellt, was ich langsam aufbauen möchte, weil es nämlich schnell sehr unübersichtlich wird, aber das ist nicht meine Schuld, das ist die Schuld der Geschichte der Makroökonomie. Also der Keynesianismus, den ich hier als Quelle und Ursprung der makroökonomischen Denkschulen bezeichnen möchte, mit John Maynard Keynes 1936 natürlich auch zu nennen, Michael Kaletzky, der gewissermaßen das Problem gehabt hat, nicht so bekannt zu sein, wie John Maynard Keynes aber viele keynesianische Ideen auch hatte, auch vorweggenommen hatte und in seiner politischen Bedeutung noch ein Tick radikaler war als der liberale Ökonom Keynes, aber beide sollte man eigentlich durchaus auf eine Stufe stellen. Und dann danach die Post-Keynesianer James Turbin, John Robinson und Nikolaus Kalder, die dann verschiedene Aspekte behandelt haben, unter anderem auch versucht haben, eine Wachstumstheorie dann aus der eigentlich ja eher stationären keynesianischen Theorie heraus zu machen. Schwerpunkt war vor allen Dingen in Cambridge in England und neben Wachstumsfragen hat man auch Fragen der Einkommensverteilung dort behandelt. Der zweite Strang, einfach Neoklassik mal genannt, obwohl eben Marginalismus der richtigere Begriff wäre, weil Neoklassik eben vortäuscht, dass es eine starke Verbindung und Ähnlichkeit gibt mit der klassischen politischen Ökonomie, aber Methodik, Fragestellungen, viele andere Sachen, die ein Paradigma ausbilden, sind eben doch ganz, ganz unterschiedlich, sodass Marginalismus der bessere Begriff wäre. Im Bereich der Makroökonomie muss man hier sicherlich den Monetarismus, Milton Friedman, Karl Brunner nennen und dann später in den 70er Jahren Autoren wie den eben schon erwähnten Robert Lucas, Thomas Sargent, Barrow, Prescott und Kittland, überall da, wo ein Sternchen dran ist, da sehen Sie, gab es für diesen betreffenden Ökonomen einen Nobelpreis, aber die Neoklassik ist gewissermaßen auch natürlich eine Fortführung des Monetarismus, also man kann es auch, wenn man so will, immer noch Monetarismus nennen. So, und jetzt passierten einige Verschmelzungen, Amalgame gewissermaßen, zunächst einmal das, was genannt wird, typischerweise die neoklassische Synthese, die in Amerika eine große Rolle spielte, vor allen Dingen am MIT, John Hicks, Paul Samuelson, Robert Solo sind hier genannt. John Hicks ist ja derjenige, der das Keynesianische Modell lehrbuchfähig gemacht hat, indem er das bekannte ISLM-Modell entwickelt hat, was, denke ich, schon eine erste, sehr grobe Verkürzung der Keynesianischen Ideen war. Das Problem ist nur, wenn man das kritisiert, das Keynes dem Ganzen seinen Segen gegeben hat. Er hat also die Vorlage für den Aufsatz von John Hicks bekommen und hat gesagt, ja, das stimmt so, das kann man so darstellen, ganz interessant. Das Keynesische Buch hat nämlich auch das Problem, es ist nicht lesbar. Es ist sehr schwierig nachzuvollziehen und sehr komplex und es gibt wenige Grafiken und sehr viel interpretationsfähige Sätze. Und der Hicks hat eben gesagt, ich mache das schön darstellbar und mit Grafiken und mit Kurven, die sich schneiden, so wie wir das alle kennen und hat eben eine Reinterpretation der General Theory gemacht, im Rahmen eigentlich eines allgemeinen Walrasianischen Gleichgewichts. Und das war dann auch das Einfallstor zur Inkorporierung der Keynesianischen Theorie in die Neoklassik und man hat dann eben gesagt, naja, Keynes ist ein neoklassischer Ökonom der Starrheiten und das ist das Zentrale an der neoklassischen Synthese gewesen. Das war aber nicht die einzige Verschmelzung, das ist die Stufe jetzt, wir machen jetzt einen Sprung über den Monetarismus hinüber, in den sogenannten Neukinsianismus oder Neokinsian Macro, NKM. Und das Problem ist jetzt, was die Studenten natürlich immer wahnsinnig verwirrt, dass in der sogenannten neoklassischen Synthese, also der alten, der 40er und 50er Jahre, mehr Keynes als neoklassik steckt, während in Neukinsianismus trotz des Namens dort mehr neoklassik als Keynes steckt. Sorry, die Namen habe ich auch nicht erfunden, niemand weiß es genau, wer sie erfunden hat, sie sind irgendwann entstanden, aber ich glaube, man kann sehr schnell zeigen und sagen, dass im Neukinsianismus vor allen Dingen hier höchstens auf die kurze Frist eingegangen wird und gesagt hat, da haben wir eben keynesianische Elemente, Rigiditäten, Starrheiten, die eben auch staatliches Handeln legitimieren, weil man eben nicht ad ultimo warten kann, bis sich ein Problem von selbst auflöst, sondern der Staat kann eben den Schritt ins Gleichgewicht beschleunigen durch eine adäquate Geld- und Fiskalpolitik oder vielleicht auch Arbeitsmarktpolitik, aber in der langen Frist, dann kommt alles wieder in ein Gleichgewicht heraus und wir haben so etwas wie eine natürliche Arbeitslosenquote, gegen die das System tendiert und da haben wir natürlich dann, wenn die Preise nicht mehr starr sind, wie in der kurzen Frist, in der langen Frist, dann letztendlich wiederum ein monetaristisches, neoklassisches Gleichgewicht. Deshalb ist also doch meines Erachtens in diesem sogenannten Neukennensernismus mehr Neoklassik enthalten, trotz eben des Namens, den wir hier haben. Ja, ein paar Dinge habe ich schon genannt, die Akteure verhalten sich rational, Märkte werden im Grunde genommen permanent geräumt, Arbeitslosigkeit ist immer freiwillig und statt adaptiver Erwartungen wurden dann rationale Erwartungen eingeführt, das heißt, die Marktteilnehmer haben im Durchschnitt die korrekten Erwartungen darüber, wie sich in Zukunft alle Marktpreise entwickeln werden und in der gewissermaßen Hardcore-Fassung, die eben eher die neuklassischen Elemente hat, wird davon ausgegangen, dass Wirtschaftspolitik nutzlos ist, allenfalls, wenn die Teilnehmer überrascht werden können, was aber eigentlich nicht möglich ist, weil sie ja rationale Erwartungen und perfekte Voraussicht haben, sind selbst Überraschungen praktisch nicht möglich und deshalb sind diese in der Regel auch schädlich. Die Neukennsianer, wie gesagt, trotz des Namens, gehen ebenfalls von rationalen Erwartungen aus. Das ist etwas, was Keynes sicherlich völlig wesensfremd gewesen wäre. Sie akzeptieren aber, dass es so etwas gibt wie Marktunvollkommenheiten, unvollkommene Konkurrenz, Preisstarheiten und auch asymmetrisch verteilte Informationen. Für diese Entdeckung und Entwicklung und Ergänzung des Modells gab es dann jeweils Nobelpreise für verschiedene Autoren. Joseph Stiglitz zum Beispiel, denke ich hier zum Beispiel, aber auch für andere, Phelps und so weiter. Und insofern kann also dieses Marktversagen eine Legitimation sein für den Staat zu handeln, wenn es Arbeitslosigkeit, wenn es Krisen gibt, weil die Rückkehr ins Gleichgewicht einfach zu lange Zeit braucht. Man schiebt also gewissermaßen das System an, aber trotzdem steht hier, die Herrschaft des Homo economicus ist wieder dargestellt. Ja, und dann gibt es noch diese schöne Zweiteilung, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil sich das auch zufällig oder absichtlich in Amerika in den großen führenden wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten so konzentriert, dass diejenigen, die eher aus der monetaristisch-neuklassischen Schule kommen, an den großen Seen beheimatet sind, in Universitäten wie Chicago, Minnesota und so weiter. Deshalb nennt man die Vertreter dieser Richtung auch die Süßwasserökonomen und die anderen, die sitzen an den Alvinik-Universitäten, die entweder am Atlantik oder am Pazifik sitzen und deshalb heißen die Neukensianer die Salzwasserökonomen. Und das finde ich eigentlich auch viel besser, weil die Namen hier irreführend sind und das sind klare geografische Zuordnungen, oder? Passt doch ganz gut, kann man sich sehr gut merken. Süßwasser versus Salzwasser. Kann man sich überlegen, wo man lieber baden möchte. Gut, ja, also. Der Mainstream, ich gehe da mal ganz kurz drüber hinweg, der Mainstream hat meines Erachtens diese fünf Bausteine, rationale Erwartungen, repräsentative Agenten, manche sprechen auch vom RARE-Model, R-A-R-E, Representative Agents with Rational Expectations nach Frank Ramsey von 28 oder als Mira-Model wird es auch manchmal genannt, methodologischer Individualismus mit rationalen Erwartungen. Und wenn man mal so das formulieren möchte, dann könnte man sagen, es gibt so eine Art Kern des Mainstreams im Modeling, da sprechen oder dementsprechend vor allen Dingen formal mathematische Modelle. Es gibt ein großes Data Mining mithilfe der Ökonometrie, in dem dort Datensätze durchgeforstet werden auf bestimmte Strukturen, die man dann meint, finden zu möchten oder zu müssen. Und dementsprechend ist eben all das, was nicht formal daherkommt und was diese mathematischen Modelle nicht hat oder haben möchte, wird dann von dieser Richtung als unwissenschaftlich behandelt. Verbal-Ökonomik. heißt das. Und ich erinnere mich an eine Überschrift in einer Zeitschrift in Deutschland, die einen Kollegen, der im Sachverständigenrat ist und dort nicht die Mainstream-Position bezeichnet, mal als den letzten Verbal-Ökonomen Deutschlands bezeichnete. Und das war nicht beschönigend gemeint, das war kein Lob. Ich finde interessant Stephen Marklin von der Harvard University, der sehr viel mathematisch gearbeitet hat und über die Kompetenzen hier sicherlich verfügt und der auch daran geglaubt hat, dass das sehr bedeutsam ist, mathematische und formale Modelle zu haben. Und er hat aber gesagt, über die Mathematisierung und Formalisierung in den Vereinigten Staaten haben wir eigentlich verstanden, was der ökonomische Inhalt ist. Und ich sehe, dass auf viele Lehrstühle Volkswirtschaftslehrer heutzutage Mathematiker berufen werden, für die die Ökonomie ein Anwendungsfeld ist, die aber eigentlich Mathematik machen möchten. Und sie könnten eine Mathematik machen, die sie auf andere Fragestellungen anwenden, aber Ökonomie bietet sich gewissermaßen dazu an. Und wenn man keine Mathematiklehrstühle kriegt, dann kriegt man vielleicht VWL-Lehrstühle und da ist man besser als die durchschnittlichen Volkswirte, die viel mit Ökonomie behandelt haben, also hat man die ausgestochen und es werden in großem Maße, nicht überall gilt das, aber doch in großem Maße tatsächlich Mathematiker heutzutage auf VWL-Lehrstühle berufen. We have now excessive technique which is marginalizing our understanding of what we are doing. Weil wenn man alles durch die Linse der Mathematik anguckt, sieht natürlich jedes Problem so aus. Es gibt den schönen Satz, wenn Sie einen Hammer haben, sieht alles aus wie ein Nagel. Weil das ist Ihr Instrument, was Sie einsetzen können, also sehen Sie überall Nägel, die Sie einschlagen können, aber es gibt vielleicht noch andere Sachen, es gibt auch noch Schrauben und es gibt Holz, was man bearbeiten muss. Also die Instrumente dürfen eigentlich nicht die Fragestellungen und die Themen bestellen, sondern eigentlich müsste es umgekehrt sein, man hat eine Fragestellung und sucht das passende Instrument dazu. Und ich glaube, da ist vieles gerade in die andere Richtung gegangen. Also es gab eine gewisse Verselbstständigung und wenn heutzutage der Fortschritt in der Volkswirtschaftslehre bedeutet, eine Verbesserung in mathematischen und ökonometrischen Modellen zu erreichen, dann ist es ein sehr fragwürdiger Begriff von Fortschritt. Zudem es viele Probleme und Fragestellungen gibt, zu denen die Ökonomie heutzutage immer noch gar nichts sagen kann. Zum Beispiel habe ich mich kürzlich mit der Frage befasst, welche Verteilungswirkung hat eigentlich die Staatsverschuldung? Dann würde man sagen, das ist doch ein sehr, sehr relevantes, wichtiges Problem der angewandten Wirtschaftswissenschaften, mal zu wissen, ob jetzt die zunehmende Staatsverschuldung eher die Reichen oder Armen belastet, ob es da eine Umverteilung von oben nach unten oder unten nach oben gibt. Und aus der Hüfte geschossen kann man schnell sagen, ja ist doch klar, das ist eine Umverteilung von unten nach oben, aber das ist nicht so. Wenn man sich die theoretische Literatur zu der Fragestellung anguckt und ein paar logische Gedanken dazu macht, stellt man fest, man weiß es nicht. Es gibt weder ein theoretisches Erklärungsmodell, noch gibt es empirische Untersuchungen, die das letztendlich zeigen, belastbar zeigen, wie es Verteilungswirkungen sind. Und darüber wird nicht geforscht. Als sei das keine Fragestellung, die irgendwie vielleicht relevant oder interessant wäre, man hat gar nicht die Instrumente dazu, man vernachlässigt das. Ich komme zu meinem letzten Teil und der beschränkt sich auf die wichtige Problematik, wie ich finde, der sogenannten Kritik der Mikrofundierung. Das war ja explizit eingefordert und eingeführt worden, dass es Mikrofundierung gibt, weil, das habe ich in den ersten Satz von, oder in den ersten beiden Sätzen aus dem Lehrbuch von Wickens auch Ihnen gezeigt, dass eben die Kritik war. Der Keynesianismus hat bestimmte Verhaltensannahmen, zum Beispiel eine Konsumfunktion oder eine Sparfunktion und die fallen aus dem Himmel. Warum sollte das so sein, dass die Leute eine Ersparnis machen im Verhältnis zu ihrem verfügbaren Einkommen und möglicherweise noch proportional dazu? Das ist eine Ad-Hoc-Annahme. Und da fehlt eben die mikroökonomische Fundierung, nämlich rationales Verhalten, Maximierung, Utility, Maximization, was auch immer dahinter stehen könnte. Das würde fehlen und das hat letztendlich eben zur Ablösung beigetragen. Man braucht Aufgaben mit Maximierungsvorstellungen. Nun will ich aber nochmal eben genau auf diesen Punkt zurückkommen, den Keynes am Anfang benannt hat, nämlich dass Aggregate andere Instrumente und andere Ergangsgehensweisen verlangen als individuelle Entscheidung. Und hier ist eines dieser Kernprobleme, was mit dem schönen Schlagwort des Trugschlusses der Verallgemeinerung beschrieben worden ist, Fallacy of Composition auf Englisch. Und einer derjenigen, der immer wieder darauf hingewiesen hat, war der deutsche Ökonom Wolfgang Stützel, der in seinem Lehrbuch ein Beispiel hat, was nicht ganz perfekt stimmt zur Illustrierung, aber trotzdem eben sinnvoll ist, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, wo nämlich rationales Verhalten eines Einzelnen zu einem perversen Verhalten kommt, was den Nutzen von allen angeht. Also für den Einzelnen ist es sinnvoll und nützlich so zu halten, aber für die Gesamtheit ist es eben schädlich und nachteilig. Ein Beispiel bezieht sich auf ein Fußballstadion, was am Anfang so aussieht, schöner Sommertag, die Leute können, obwohl sie Stehplatzkarten gekauft haben, auf den Stufen sitzen. Alle sitzen da ganz gemütlich und freuen sich, dass sie bald ein schönes Spiel sehen werden. Da entscheidet sich einer, weil er nicht so gut über seinen Vordermann, der vor ihm sitzt, gucken kann, aufzustehen. Und er zwingt dadurch, die Leute hinter sich auch aufzustehen. Und die Reihen dahinter müssen auch aufstehen. Und am Ende steht die ganze Kurve und hat es unbequemer, als wenn sich alle entschieden hätten, in einem kollektiven Entscheidungsprozess doch sitzen zu bleiben. Aber es gibt eben hier keinen, der das organisiert und es gibt keinen kollektiven Prozess im Rahmen einer Abstimmung oder Koordination, sondern es sind Einzelentscheidungen. Und die führen hier zu der Situation, dass es für das Kollektiv am Ende schlechter ist, obwohl es aus Sicht eines Einzelnen immer besser gewesen ist. Also das Beispiel passt nicht ganz, weil was ist mit der ersten Reihe? Es müsste irgendwie ein System sein, in dem es rund ist. Aber es gibt ein paar andere Beispiele, finde aber es trotzdem immer ganz gut ist, das nochmal an diesem zunächst einmal deutlich zu machen. Und eines der bekanntesten, was hin und wieder auch in den Mainstream-Büchern gelegentlich erwähnt wird, das ist das sogenannte Sparparadoxon. Ja, genau das habe ich hier entnommen aus dem Lehrbuch von Olivier Blanchard, aus dem dritten Kapitel, wo darauf hingewiesen wird, dass Konsumenten einzelne Haushalte, die sich entscheiden wollen, ihre Ersparnis zu erhöhen und deshalb ihre Sparrate nach oben schrauben, können das tun, solange es nur eben ein einzelner Haushalt ist. Wenn es aber alle tun, dann gibt es eine Rückwirkung im System. Und das ist eben genau Makroökonomie, dass eben auch die Verbindungen zwischen den Aggregaten hier behandelt werden. Hier führt es nämlich eben dann dazu, dass die Nachfrage zurückgeht, die Konsumausgaben reduzieren sich. Das hat in der Folge einen Rückgang der Produktion und damit einen Rückgang des Einkommens zur Folge und wenn eben die Ersparnis einkommensabhängig ist, wird es am Ende so sein, dass keiner mehr spart als gewünscht oder als vorher in der vorherigen Situation. Das heißt, die Leute möchten sparen, aber sie können eben nicht mehr sparen, weil es alle tun. Individuell geht es, aber wenn es alle machen, klappt es nicht. Das wäre so etwas, was man nennt Trugschluss der Verallgemeinerung. Ich habe noch ein weiteres Beispiel vorbereitet aus der Glücksforschung, Happiness Research von Richard Easterlin, der ist einer der wesentlichen Betreiber hier und Impulsgeber für diese Art von Forschung. Der hat nämlich festgestellt, dass in Japan zwischen 1950 und 1970 das Pro-Kopf-Einkommen um den Faktor 7 gestiegen ist, aber es hat nicht dazu geführt, wie jetzt in der neoklassischen Haushaltstheorie postuliert wird, dass die Menschen dann durch höheres Einkommensniveau mehr konsumieren und das schafft höhere Nutzen. Wenn man die Leute fragt, wie sie sich fühlen, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind, stellt man fest, dass der Anteil glücklicher Menschen sogar leicht abgenommen hat. Das heißt also, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Einkommen und sozialer Wohlfahrt, was im Englischen manchmal Happiness benannt wird. Will raising the incomes of all increase the happiness of all. so ein Artikel aus dem Jahr 2005. Für Deutschland kann man das auch zeigen, das ist nicht ganz so eindrucksvoll, der Zeitraum ist auch nicht ganz so lang. Wir haben hier Einkommen und Lebenszufriedenheit aus Daten des sozioökonomischen Panels vom DIW. Die schwarze Linie zeigt, wie das reale Haushaltseinkommen hier zwischen Anfang der 80er Jahre und ungefähr 2012 gestiegen ist, in realen Größen. hat sich deutlich erhöht, aber die grüne Linie gibt den Wert an, den die Haushalte bei Befragungen sagen, wenn sie gefragt werden, wie zufrieden sind sie alles in allem mit ihrem Leben. Das schwankt so irgendwie zwischen 7 und 7,5, aber es gibt keine Korrelation zu ihrem größeren Einkommen, was sie haben. 7,3 ist hier der Durchschnittswert. Und jetzt kommt das Paradox. Also, macht Geld glücklich. Ja, den Einzelnen. Also, weil wenn es einen gibt, der ein höheres Einkommen hat, dann hat er relativ mehr Einkommen als alle anderen. Und das relative Einkommen, das ist es, was zählt, das setzt die Leute ab von den anderen und wenn ihr relatives Einkommen steigt, dann steigt auch ihre Lebenszufriedenheit. Deshalb sind reiche Leute glücklicher als arme Leute. Befragungen zeigen das immer wieder. Wenn jetzt aber das Einkommen von allen steigt, dann verändert sich das relative Einkommen nicht und deshalb verändert sich auch die Lebenszufriedenheit nicht. Weil ich nämlich nicht auf der sozialen Stufenleiter nach oben kletter. Es gibt so etwas wie eine soziale Stufenleiter, ein Ranking, weil nämlich Geld, relatives Einkommen, was auch mit Macht und Einfluss und Anerkennung zu tun hat. Und das ist eben ein zentrales Element, ob die Leute sagen, mir geht es gut oder ich stehe ganz unten und werde von allen gedrückt. Also, das Paradox ist, Geld macht glücklich den Einzelnen, wenn das Einzelne mehr Geld kriegt, aber wenn in der Gesellschaft alle mehr Einkommen haben, alle mehr Geld haben, dann gibt es keinen Anstieg der Lebenszufriedenheit, der Happiness. Also auch hier wieder ein völliger Unterschied zwischen einer Individualentscheidung und einer Rationalentscheidung. Und wenn ich jetzt mikroökonomisch fundiere, dann kommt es nicht vor. Dann ist die mikroökonomische Fundierung, ja, Geld macht glücklich mit mehr Einkommen, also ist es ein Ziel der Wirtschaftspolitik, muss es sein, das BIP pro Kopf zu steigern, weil das erhöht die Lebenszufriedenheit. Und das hören wir immer, alle Orten, wir müssen unser Bruttoinlandsprodukt pro Kopf steigern, das führt zu mehr Wohlfahrt und das wird eben hier aus diesem individualtypischen Verhalten abgeleitet und das ist falsch. Deshalb heißt das Ganze auch Easterly Paradoxon und ist ein schöner Beispiel für den Trugschluss der Verallgemeinerung. Es gibt eine ganze Menge mehr von diesen Paradoxien. Die meisten Studenten hören nie in ihrem Leben, von irgendeinem davon. Schuldenparadoxon. Ganz akut. Richard Kuh, ein asiatischer Ökonom, weist auf diese Balance Sheet Recession hin. Wir haben Verschuldung aller Orten, Staatsverschuldung, Unternehmen sind verschuldet, teilweise Haushalten. Wenn die jetzt alle versuchen, gleichzeitig ihre Balances, also ihre Unternehmensbilanzen zu regulieren und die Haushalte sich entschulden und der Staat sich entschuldet, wird das nicht funktionieren. Das geht nicht. Ein einzelnes Unternehmen kann sich gewissermaßen sanieren, indem es ein Sparprogramm durchführt. Das ist betriebswirtschaftliche Logik, aber das sollte eigentlich den Unterschied zwischen einem Volks- und einem Betriebswirten ausmachen, dass er in der Lage ist, vom Aggregat zu denken und nicht vom Individualfall. Unternehmensberater, die die Politik empfehlen, die haben natürlich immer als Sinnbild das Unternehmen und sagen, ja, ein guter Staatenlenker, der muss seinen Staat genauso führen, wie ein Unternehmer das tut, ja. Und deshalb treten oftmals Unternehmer in Wahlen an und sagen, dass sie die besten Staatenlenker sind. Das stimmt aber nicht, weil ein Staat ist was völlig anderes als ein Unternehmen und die Masse der Unternehmen ist was anderes als ein Einzelunternehmen. Wenn sich alle Unternehmen entschulden, dann führt das dazu, dass eben Produktion und Einkommen zurückgehen und die Schuldenquoten bleiben gleich, weil jedes Unternehmen hat eine geringe Einnahme und selbst wenn es einen Teil der Schulden abbaut, wird die Relation zwischen Verschuldung und Einkommen und auch in der Bilanz wird eben entsprechend gleich bleiben. Das sieht man übrigens bei Griechenland ja auch, ja. Liquiditätsparadoxon ist etwas ähnliches. Es gibt das Bildungsparadoxon, das heißt, wenn einer sich verbessert in der Bildung gegenüber allen anderen, hat er bessere Arbeitsplatzchancen, wird ein höheres Einkommen kriegen. Wenn alle ihre Bildungsdauer und ihre Bildungsinputs verzehnfachen, verändert sich auch nichts, weil die Zahl der Arbeitsplätze wächst ja nicht und ich habe gewissermaßen hier in der Konkurrenz um die wenigen Arbeitsplätze dann eben entsprechend keinen Vorteil. Kalecki ist jemand, der sehr stark darauf hingewiesen hat. Es gibt den berühmten Spruch, Capitalists get what they spend und das heißt eben hier entscheidet das Ausgabenverhalten der Unternehmer gleichzeitig auch über ihre Einkommen auch eine gewisse Paradoxie im Bereich des Kostenparadoxon und so weiter. Ein letzter netter kleiner Punkt, den ich wirklich sehr schön fand, ich habe das in der Zeitung gefunden, ein Bericht über ganz andere Wissenschaft, Biologie, Potsdamer Institut für Klimaforschung, glaube ich, steht dahinter, die sich Gedanken gemacht haben, ob Ameisen intelligent sind. Und sie haben festgestellt, dass Ameisen überhaupt gar keine individuelle Intelligenz haben. Keine Ameise begreift, was dort passiert. Sie hat keinen Überblick, was ihr Staat macht und wie da aufgebaut ist und wie sie Futter finden muss und warum sie eine Futter- oder eine Verteidigungsameise ist oder eine Eierzuchtameise. Das weiß keine einzelne Ameise. Trotzdem gibt es aber so etwas wie kollektive Intelligenz. Das heißt, diese ganz komplexe Ordnung, die die haben, wie die ihre Futter finden und dann Geruchsstoffe hinterlassen und andere können dem nachlaufen und wie die sich organisieren, wenn es Veränderungen ihrer Einflusssphären gibt durch Störungen von außen und so weiter und so fort. Das kann dann der Staat, das Kollektiv als Ganzes gewissermaßen abfangen und sich darauf einstellen und deshalb spricht man hier von kollektiver Intelligenz. Und die Forscher kommen also hier zu der Aussage, während die einzelne Ameise nicht klug ist, verhalten sich die Ameisen im Kollektiv intelligent. Ich bin kein Biologe, ich kann das nicht beurteilen, ob das stimmt, mir leuchtete das aber ein bisschen ein und ich fand, das ist auch ein schönes Metapher oder schönes Bild mit der Ökonomie. Also es gibt einen Unterschied zwischen kollektiver und individueller Intelligenz und das soll eben dieses Trugschluss der Verallgemeinerung auch ausdrücken. Wir können nicht vom Einzelnen auf das Gesamte schließen. Und was würde ein Mainstream-Makroökonom hier sagen, der würde sagen, lasst uns die repräsentative Ameise finden. RA, Representative Ant, statt Representative Agent. Die muss es ja geben, denn ansonsten hätten wir gar keine Möglichkeit, die Intelligenz und die Organisationsfähigkeit, die Koordinationsprobleme, die so ein komplexes Wesen hat, zu bestimmen. Das müssen wir aus den Einzelfallentscheidungen, aus den einzelnen Verhaltensbeobachtungen her ableiten. Und ich glaube, das macht wenig Sinn. Zweiter Punkt und da glaube ich, werde ich jetzt langsam ein bisschen beschleunigen müssen. Und vielleicht hat auch Herr Schäfer letzte Woche da schon ein bisschen was dazu gesagt. Die Makroökonomie der Neoklassik hat das große Problem, dass sie mit einer sogenannten makroökonomischen Produktionsfunktion arbeiten muss, die sie herleitet aus der mikroökonomischen Produktionsfunktion, der sogenannten partiellen Produktionsfunktion und die dort abgeleiteten Erkenntnisse, zum Beispiel, dass der Lohn dem Grenzprodukt der Arbeit entspricht und dass überhaupt die Grenzproduktivitätstheorie hier entscheidend ist zur Bestimmung von Einkommen für Kapital und Arbeit. Überträgt man nun von einem einzelnen Sektor auf die gesamte Ökonomie, man aggregiert. Und das ist ein logischer Fehler, der dort hinterlaufen ist, ein Problem, was im Rahmen der sogenannten Cambridge-Cambridge-Kapitalkontroverse in den 60er oder 70er Jahren intensiv diskutiert worden ist und worüber aber heute die Lehrbücher den Mantel des Schweigens ausbreiten. Obwohl klar ist, dass die Seite, die die Grenzproduktivitätstheorie der Neoklassik verteidigt hat, Sam Yulson, Solo, am Ende der Diskussion eingestanden hat, dass sie einen logischen Fehler begangen haben. Die haben gewissermaßen die Waffen gestreckt und haben gesagt, ihr aus dem anderen Cambridge, England, wo die Post-Cansianer herkommen, das Rafa zum Beispiel, der den Anschluss dazu gegeben hat, aber viele andere, die in der Debatte aktiv waren, ein paar Sinetti zum Beispiel, habt recht. Es ist eine Unmöglichkeit, Kapital im Aggregat zu bestimmen, denn Kapital ist eine Werkgröße und hier habe ich das Problem, dass die Preise der Kapitalgüter und die Profitrate simultan bestimmt werden müssen und das ist hier nicht möglich, weil ich hier ein zweistufiges Verfahren in der Neoklassik habe, da mache ich einen logischen Denkfehler und die Rigorosität, mit der sich die Neoklassiker normalerweise rühmen, dass sie vielleicht nicht relevante Fragen behandeln, dass sie viele Annahmen haben, aber dass sie immer präzise und rigoros sind, die ist hier eindeutig verletzt worden. Das heißt, hier können wir Ergebnisse aus der Mikrotheorie nicht auf die Makroökonomie übertragen und hier dieser Zirkelschluss zeigt, der entsteht, dass wir oftmals Aggregationsprobleme haben, es gehen nämlich hier Informationen verloren. Gut, ja, im nächsten Teil hätte ich noch ein bisschen, ein paar Takte gesagt zur Theoriereduktion, da müsste man aber etwas länger ausholen. Es geht hier im Wesentlichen um die Frage, kann ich überhaupt von der Makrotheorie nach unten auf eine Mikroeinheit reduzieren und King ist der Auffassung, dass man da strenge Anforderungen haben machen kann, ob ich überhaupt Theorien reduzieren kann, das heißt Aggregate auf kleinere Einheiten herunterbrechen kann und es gibt hier möglicherweise einen Reduktionstrugschluss. Die Möglichkeit muss bestehen, es muss die vertikale Reduktion gegeben sein und es muss eben klar sein, dass man von Makro nach Mikro runterbricht. Man könnte das hier wie links gesehen sich so vorstellen, ja, ich habe hier oben soziale Gruppen, da drunter ist die nächste Ebene, auf die ich das dann herunter produzieren kann, das heißt die obere Schicht ist jeweils aus den da drunter liegenden zusammengesetzt und lässt sich auf diese reduzieren, also da sind Lebewesen, Lebewesen bestehen aus Zellen, Zellen aus Molekülen und so weiter, letztendlich besteht alles als Elementarteilchen, aber macht das Sinn zu sagen, ich habe eine Theorie sozialer Gruppen, die letztendlich bestimmt wird oder die gebildet wird oder die analog betrachtet werden kann, indem ich eine Theorie über Elementarteilchen habe. Und genauso ist es bei der Makroökonomie sehr unwahrscheinlich, dass ich genau solche ökonomisch sozialen Konstrukte, die ja Denkkonstrukte oftmals sind in der Makroökonomie, die ich gar nicht direkt beobachten kann, sondern nur approximativ messen kann mit sehr vielen Annahmen, die will ich jetzt reduzieren auf Individuen, auf deren Verhalten und dahinter steht da die Psychologie und die Biologie und die Zellen und den Molekülen und Atomen und auch die Elementarteilchen. Ist das wirklich so? Warum bricht eigentlich die Reduzierung auf der Ebene der Mikroökonomie ab? Und tatsächlich, wenn man feststellt, gibt es, anders als oft behauptet, eine Menge von Ad-Hoc- Annahmen auf der Ebene der Mikrotheorie, so dass man sagen muss, auch die Standard-Mikrofundierung ist Ad-Hoc. Und das war ja der ursprüngliche Vorwurf gegenüber Keynes, weshalb man die Mikrotheorie entwickelt hat. Man hat eigentlich eine Pseudo- Mikrofundierung. Ich will zu meinen Schlussfolgerungen und möglichen Alternativen kommen. Was kann man machen, was sollte man machen? Es gibt vier Varianten, die aus dieser Kritik heraus entstehen könnten. Wickens, den ich am Anfang vorgestellt habe als Schreiber dieses Lehrbuch, hat sich gegen die Kritik in einem Aufsatz in 2011 geäußert und andere auch mehr. Und er hat gesagt, das Ganze ist ein Missverständnis, die Kritiker haben überhaupt nichts verstanden. Ja, also man muss gar nichts ändern. Übrigens nicht nur die Amerikaner meinen das, auch die deutschen Kollegen. Martin Hellwig beim Verein für Sozialpolitik, 2010 Eröffnungsrede in Frankfurt, ein Jahr nach der großen Depression, der großen Ausbruch der Finanzkrise, ich erinnere es noch genau, hat gesagt, es gibt keine Krise der Wirtschaftswissenschaften. Wir haben alle Methoden, die wir benötigen, um bestehende Lücken zu schließen. Mit anderen Worten, er plädiert dafür im kundischen Sinne das Puzzle Solving einfach innerhalb des bestehenden Paradigmas weiter zu betreiben. Also das wäre gewissermaßen die erste Antwort. Wir machen nichts. Die zweite finde ich ganz interessant. Man kann den Spieß umdrehen. Warum ist es eigentlich notwendig, eine Mikrofundierung der Makroökonomie zu haben? Warum nicht eine Makrofundierung der Mikroökonomie? Denn möglicherweise ist es ja nicht so, dass die Ebenen, wie ich das eben gezeigt habe, untereinander stehen, sondern wenn wir sagen, es macht Sinn, Mikroökonomie und Makroökonomie zu trennen, können die auch nebeneinander stehen. Und das eine bedingt das andere. Und beide sind wechselseitig miteinander abzusichern und zu verzahnen. Gegen Ad-Hoc-Hypothesen ist überhaupt eigentlich gar nichts einzuwenden. Das machen die Naturwissenschaften auch. Wenn es junge Theorien gibt, die am Anfang noch Schwierigkeiten haben, das im Detail zu begründen, was sie dort an Hypothesen ausstellen, dann können sie eben Ad-Hoc solche Annahmen einführen, um weiterzukommen und versuchen, das dann zu lösen. Und deshalb sind Mikro- und Makroökonomie vielleicht durch horizontaler Ebene verbunden und nicht vertikal. Das heißt also, sie könnten, wenn man in der Sprache der Bauingenieure argumentieren wollte, dazu dienen, Brücken miteinander zu bauen und nicht Fundamente zu gießen, die Mikroökonomie. Und da baue ich das andere obendrauf. Das wäre auch die Idee von Kurt Rothschild gewesen, der sich dafür ausgesprochen hat, Verbindungslinien zu schaffen. Und achso, ein Punkt, den muss ich unbedingt auch eben loswerden bei Punkt 2. Das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt. Wir haben ja eigentlich in der Historie im wesentlichen Situationen gehabt, wo wir Arbeitslosigkeit hatten. Und die Grundannahme der Mikro-Theorie ist ja, wir haben es mit voll ausgelasteten Ressourcen zu tun. Wir bewegen uns auf einer Produktionsmöglichkeiten-Kurve. Und dann haben wir Opportunitätskosten, weil, wenn wir mehr von dem einen Gut haben wollen, müssen wir das andere Gut aufgeben. Denn wir müssen Ressourcen verschieben, die voll ausgelastet sind und knapp sind. Aber wenn eine Ressource nicht ausgelastet ist, zum Beispiel die Ressource Arbeitskraft, besteht eigentlich auch gar keine Notwendigkeit Effizienzüberlegungen anzustellen und permanent Optimierungsaufgaben zu lösen. Und das ist eigentlich die Conditio sine qua non der Makroökonomie Optimieren unter Nebenbedingungen, weil wir ein Effizienzproblem haben, ein Knappheitsproblem. Das ist das Zentrale. Alles wird durch die Linse der Knappheit betrachtet. Aber wenn wir Idle Resources haben, nicht ausgelastete Ressourcen, sind diese Effizienzüberlegungen vielleicht immer noch mit interessant, aber sie sind nicht mehr das A und O der ganzen Geschichte. Also vollkommene Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt gibt es eigentlich nur dann, wenn wir Vollbeschäftigung haben. Also diese beiden Dinge miteinander zu verbinden, darüber habe ich schon ein bisschen was gesagt. Und die vierte Möglichkeit ist gewissermaßen wir sorgen für eine überlegene, eine bessere Fundierung. Colander und andere haben sich dafür ausgesprochen, verschiedene Arten von Akteuren einzubeziehen. Nicht nur die repräsentativen, sondern heterogene Akteure, die unterschiedliche Interesse haben. Dynamische Prozesse mit Nicht-Linearitäten. Das ist natürlich sehr komplexe Mathematik, die dann schnell entsteht. Von der Idee des einen eindeutigen und stabilen Gleichgewichtes abzugehen und multiple Gleichgewichtsbildungen loszulassen. Ein paar andere Dinge noch auch. Bounded Rationality, auch ein alter Gedanke von Herbert Simon, es ist nicht alles perfekt. Es gibt Satisficing, also Nährungslösungen, die auch eben zufriedenstellend sind. In jedem Fall. Und damit möchte ich schließen. Ich bin niemand, der jetzt eine grundsätzliche, verurteilte Neoklassik dem Wort redet. Und alles dort in Bausch und Bogen verdammt. Es gibt gute Gründe und es gibt schlaue Leute, die sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Aber ich glaube eben, sie sind nicht das Ende der Welt der Erkenntnis, sondern es gibt daneben noch andere Zugänge. Und die können sehr hilfreich sein und die werden verschüttet und werden nicht genutzt. Und deshalb finde ich das so großartig, dass die Studierenden für Pluralität ansetzen und nicht sagen, es muss jetzt diesen einen Ansatz geben, der es allen überlegen. Welches der beste Ansatz ist, wissen wir wahrscheinlich gar nicht. Das wäre ein Imperialismus, wenn wir diesen einen Ansatz als den allgemeinen Seligmachenden ansehen, sondern ich glaube, dass wissenschaftliche Erkenntnis eben dann kommt, wenn wir verschiedene Zugänge und verschiedene Methoden und verschiedene Ansätze zulassen und akzeptieren und versuchen eben das Beste daraus zu holen. Vielleicht müssen auf manche Probleme andere Modelle und andere Fragestellungen und andere Paradigmen angewendet werden, als auf andere Fragestellungen. Und deshalb schließe ich genau damit, dass ich das, was Sie vorhin gesagt haben, dass es fast ein Jahr her ist, dass dieser Aufruf gekommen ist, der internationale. Da kann ich wirklich nur sagen, Hut ab und in dem Sinne sollten wir weitergehen. Vielen Dank und ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Krämer. Wir haben jetzt noch mal... Wir haben jetzt noch mal... Wir haben jetzt noch mal... Nur noch einmal... Wir haben jetzt noch mal das nächste Mal... Untertitelung des ZDF, 2020